Aber ich verstehe einfach Vietnam nicht. Ich hab das nicht gesagt, Mann. Vietnam Motorrad Roadtrip. Das war schon lange unser Traum und wird nun endlich für uns Realität. Wir sind Mark und Lara, Reiseliebhaber, die seit mittlerweile fünf Jahren um die Welt reisen. Jetzt steht unser neustes Abenteuer an. Wir sind aktuell in Vietnam und fahren auf eine 18-tageige Reise mit dem Motorrad von Hanoi über den berühmten Ha Giang Loop an die Ostküste zurück in die Metropole Hanoi. Unser Motto, planlos geht der Plan los. Und damit willkommen zum Abenteuer Vietnam. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 2 im Ha Giang Loop. Aus Vandon. Ja? Ja. Meistens weiß ich gar nicht, wie die Ort hier heißen, weil wir einfach nur eine Strecke verfolgen und irgendwo schlafen. Ja. Aber... Ja. Oh wow. Okay, jetzt ist uns gerade da hinten der Roller umgekippt, das Motorrad umgekippt. Das passiert sogar ziemlich ständig, wegen dem ganzen Übergepick. Okay. Heute ist der allerletzte Tag der Strecke des Ha Giang Loops. Tag 3 von 2. Wir sind excited. Heute soll das aller-allerschönste Stück sein, überhaupt des ganzen Re Giang Loos. Weil oben im Norden gibt es einen kleinen Zipfel, wo man herfährt. Heute soll der schönste, naturelle Ort sein in ganz Vietnam überhaupt. Ja. Also sind wir sehr gespannt darauf, wie das aussehen wird. Sehr, sehr gespannt. Und... Jetzt gehen wir erstmal ein paar Mie essen und frühstücken. Los geht's. Los geht's. Bitte aufsteigen. Seid ihr schon motiviert für heute? Ja. Heute war der schönste Tag, ne? Der schönste Tag. Der schönste Tag. Der schönste Pass, den hier fängt. Boah, wir sind sehr gespannt. Wir fahren heute den schönsten Pass. Ich bin auch sehr gespannt. Scheiße, ich will überall anhanden werden, überall Runde fliegen werden, Fotos machen werden. Und das... Ja. Wie viele Kilometer haben wir vor uns? 94. 94 Kilometer. 4 Stunden. Unser erstes Bami des Tages. Oder wie wir es auch nennen, ein Zwibi. Ein Zwischenbami. Boah, wir haben jetzt für eine Minute gestoppt, um mal wieder diese grandiose Aussicht zu bewundern. Wieder da hinten im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, überall diese Hütchenberge. Also wirklich phänomenal. Aber die Sonne, die ballert so hart auf die Kleid. Also ich fühle mich schon so verschwitzt. Dabei habe ich nur ein T-Shirt und diese Regenjacke an. Aber wir werden mal wieder hier belohnt mit Aussichten ohne Ende. Ich bin auch gespannt, was wir heute alles sehen. Es ist wieder super grün. Und heute ist es nicht nebelig, aber es ist so hell in der Ferne, dass es wieder einfach so mehrfache Schichten von Bergschichten oder wie sagt man das? In Englisch heißt das Layers. Ja, Schichten in Deutsch. Aber das trifft es irgendwie nicht so ganz. Das sind aber mehrere Schichten von verschiedenen Farbtönen. Von hell bis dunkel bis hier vorne hin direkt diese Berge. Also mit den eigenen Augen sieht das nochmal ganz anders aus, als was ihr jetzt auf dem Video seht. Einfach unglaublich. Und das müsst ihr euch einfach mal, das müsst ihr selber erleben. Das müsst ihr einfach selber erleben. Das ist schon sehr verrückt. Boah Leute, ich muss meine Regensachen, also mein Rider Outfit ausziehen. Das ist ja komplett so aus Nylenstoff, was ja perfekt ist für diese regnerischen Tage. Und wenn man durch die Wolken fährt und durch Schlamm und so, weil dann die Kleidung da drunter nicht nass wird. Oder überhaupt dreckig. So Staub und so. Das ist ja alles perfekt dafür. Aber für so heiße Tage ist das... Boah, das ist richtig anstrengend. Ich spüre gerade, wie so richtig Wind durch mich durchzieht. So durch die Kleidung. Ich habe ja so atmungsaktive Kleidung und... Boah. Wir müssen ohne Rider Kleidung weiterfahren. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. So richtig heißes Wetter oder Regen und kalt? Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr schlimmer findet, wenn ihr so eine Bike Tour macht. Regen und kalt oder richtig heiß? Ich persönlich finde ja richtig heiß eigentlich nicer, weil man mehr sehen kann und... Man kann halt entscheiden, was man anzieht. Und bei kalt und regnerisch ist es einfach... Man zieht einfach alle Schichten an, die man hat. Aber dann fühlt man sich auch so permanent eklig, weil man einfach nass ist. Deswegen kommentiert mal unten rein, was eure Meinung ist. Würde mich wirklich interessieren. Ist das der Happy Dance für gutes Wetter? Das ist der... Mir ist Hottos Fagotto und ich mag lieber... Ich verstehe einfach Vietnam nicht. Wieso muss es denn entweder minus 10 oder plus 30 Grad sein? Wieso nicht einfach mal 15 bis 20 Grad? Ich glaube es ist 20 Grad. Es ist einfach sehr hoch in den Bergen und es ballert. Jonathan meinte es wäre 28 Grad. 28 Grad? 20 Grad und es wird noch heißer. Wir markieren euch auf jeden Fall diesen Ort, wo wir stehen. In unserem Reiseguide, den ihr unten in der Videobeschreibung findet... Findet werde... finden werdet. Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe dabei gegeben, diesmal wirklich alles festzuhalten, wo wir waren und auch zu bewerten. Was es gekostet hat. Fotos zu machen. An welche Orte wir fahren, welche Routen wir fahren, welche Hotels wir haben und auch wie man der Polizei am besten entgeht. Wenn ihr das auch vorhabt und wenn ihr diese Reise auch machen wollt, dann schaut auf jeden Fall in der Infobox. Da ist alles für euch verlinkt und wir haben uns wirklich wirklich Mühe damit gegeben. Es ist zu hart zu handeln. Deswegen kamen wir jetzt weiter. Und es geht jetzt weiter mit dem Pass. Wie heißt der Pass nochmal? MAPI LENG PASS! MAPI LENG PASS! LAK LAK KAU BAK BAO LAK BAO LAK BAO LAK BAO LAK BAO LAK Das ist unsere Enddestination. Es ist der MAPI LENG PASS nach BAO LAK Es ist BAO LAK MAPI LENG PASS 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 Wir sind gerade hier einfach auf der Schnellstraße und hier laufen einfach so Ziegen lang. Das hat man hier ganz, ganz oft, dass man einfach Ziegengruppen sieht oder Wasserbüffel, Kühe, Wildschweine und die sind halt nicht angestellt. Man kettet in dem Sinne, manchmal schon, aber oft laufen die auch einfach frei rum. Und das ist so cool zu sehen. Irgendwie echt verrückt, weil man kennt das ja aus Deutschland gar nicht, solche Wildtiere, die einfach rumlaufen. Oder Kinder oder Vietnamesen, die auf der Straße laufen. Also wir schauen gerade hier wieder, keine Aussichtspunkte, einfach am Straßenrand. Übertrieben crazy, wie es hier aussieht. Aber es gibt halt diese Easy Rider Touren, die vier Tage lang gehen und da ist diese Boots Tour inklusive. Dort unten sieht man jetzt so Boote herfahren, die zwischen diesen Klippen, Bergen entlangtuckern. Das Wasser ist auch übertrieben turkis, aber so ein bisschen dunkel und nicht so hell, wie man das irgendwie aus Griechenland kennt oder aus Bali. Aber sehr cool. Aber wir haben auch gelesen, es soll sich nicht so lohnen, wenn man nur wenige Tage hat in Vietnam. Also es ist jetzt kein Highlight, aber kann man gut machen, wenn man darauf Lust hat. Dann Fahrtleber an diesem Punkt hier, ist unten markiert, wie wir bereits gesagt haben. Und dann werdet ihr auch hier hinkommen und halt die Aussicht genießen können und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was wir für Zimmer bekommen. Wir sind jetzt in unserem Untergrund angekommen im Baulack und anscheinend haben Clara und Jonathan das Standardzimmer ohne View. Wir haben der Lipps Double Retrune gebucht. Gleich ist die View einfach auch die Schade. Was war das für ein schäbiges Lächeln? Ein süffisantes Lächeln. Anscheinend haben die beiden nicht das teure zu hören. Ich hätte es euch auch gegönnt. Wir haben noch keine Amex, die beiden. Wir verstehen. Die Amex ist auf dem Weg. Ach Mensch. Ich habe da nur noch 10 Minuten. Manni! Manni! Manni? Manni. Ja, mein Hund hier. Seventh Floor. Seventh Floor? Ja. Das ist Second. Second Floor. Ich dachte gerade Seventh. 301. Ist das euer? Ja. Oh wow. Das sieht trotzdem deluxe aus. Schick. Toll. Dann will ich nicht wissen, was in eurem Raum ist. Oh wow. Gucken wir mal euer Zimmer an. Also das Hotel hatte eigentlich relativ schlechte Bewertung, würde ich jetzt mal so sagen. Aber dafür ist es echt sehr gut. Gärten, Teppich und Tee. Tschüss. Das ist das Premium Zimmer mit Teppich. Oh wow. Unsere Views waren wirklich schön. Kann sich eigentlich alles leisten, ne? Ne. Wir sind halt nur Bunch in deinem Kaffee. Wir haben Snacks gebracht. Diese komischen Kekse, die Lara sehr gerne mag. Oh, die Waffeln. Oreos. Jonathan mag Oreos. Jeder mag Oreos. Und Kaffee für Clara. Oh. Yeah. Und Wasser für mich. Das schmeckt nach so Fake-Banane noch. Oh ja, da riecht man. Das riecht so wie... Das kennt man. So Bananenmilchpulver. Boah ja, wie Bananenmilchpulver. Bananenmilchpulver. Krass. Das ist eigentlich so schlimm. Das ist eigentlich ganz okay. Wir haben nicht gesagt, dass es schlimm ist. Was gibst du für eine Punktzahl? Teucht so, Junge. Ich hab das nicht gesagt, Mann. Wie viele Punkte gibst du? Sechs von zehn. Das ist auch irgendwie lame. Ja, okay. Erzähl du, Clara. Vier. Ich glaube, die haben da auch noch so Oreo draufgeschrieben, damit irgendwas draufsteht. So, wir sind jetzt erfolgreich in unser Zimmer eingecheckt. Wir hatten tatsächlich das Deluxe-Zimmer, was zwei Euro teurer ist, als das von Clara und Jonathan. Deswegen haben wir überhaupt ja irgendwie so ein bisschen schickeres Zimmer. Wir haben jetzt noch Snacks bekommen und Wasser. Was ganz nett war. Und jetzt suchen wir uns einen Kaffee, ob wir was essen können und trinken. Und ein bisschen an den Laptops rollen. Und mehr geht da auch gar nicht. Also wir nehmen euch natürlich mit und zeigen, was wir hier machen. In Baulok. Aber... Hier? Sind wir schon da? Nee? Sind wir ja ziemlich hilflos alle unterwegs, wenn man dann ein oder neun steht. Lilly? Das ist der Hund unserer Unterkunft. Der folgt uns einfach. Und das ist so süß. Die Hunde laufen einfach hier rum. Und die verstehen auch, wenn ein Roller kommt. Also wenn ein Roller rupt, dann bleiben die einfach stehen. Und bewegen sich einfach ein Zentimeter weiter. Aber ich bin süß, der liebt uns jetzt Essen. Schau mal rein. So, hallo? Guck mal. Unser kleiner Tourguide. So, wir haben uns ein bisschen Tofu bestellt. Ein bisschen Beans mit Knoblauch. Preis von der ganzen Fußballmannschaft. Und es sollte noch Ei kommen. Und Essen in solchen lokalen... Wie nennt man das? Restaurants? In Bali heißt es ja Barongs. Ist echt günstig. Also so dieser Tofu. Der ganze Teller Tofu kostet um die 2 Euro. Lassen wir uns das hier einmal gut gehen. Und wir sehen uns später. Und wir sehen uns später. Bis zum nächsten Mal. länger zusammen. Los geht's. So, jetzt! Und so weiter. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's!